Wie bringst du deinen Ex dazu, an dich zu denken, dich vielleicht sogar zu vermissen, wieder mehr von dir zu wollen? Das ist die Kernfrage in diesem Video und natürlich habe ich dir zwei, drei Techniken mitgebracht. Du weißt, das ist das große Thema. Ex zurück ist, was wir täglich am Telefon haben als Coaches, was wir direkt hier in unserem E-Book natürlich auch haben. Wie geht das mit dem Ex zurück? Und dafür möchte ich dich zuerst entführen in den Kopf von deinem Ex und dann, welche Sachen gut laufen und auch so ein bisschen, was du machen musst, damit das dann tatsächlich auch funktioniert und du nicht auf dem Weg, was ich manchmal in den Coachings am Telefon erlebe, umkippst, zusammenbrichst oder plötzlich dich der Mut verlässt. Also springen wir als erstes in den Kopf von deinem Ex. Der Ex hat Folgendes gemacht oder die Ex hat Folgendes gemacht. Sie oder er hat sich von dir getrennt oder hat sich am Ende einfach so desinteressiert verhalten, keine Ahnung, was Schlimmes passiert ist, dass du gesagt hast, ich muss mich hier zurückziehen und du hast Schutzschluss machen gemacht. Das heißt, du hast Schluss gemacht, obwohl du eigentlich die Beziehung noch wolltest, aber gedacht hast, du musst dich schützen, weil, keine Ahnung, fremdgegangen worden ist, Desinteresse etc. und so weiter und so fort. Kurz, der Ex hat sich wegbewegt, die Ex hat sich wegbewegt, aktiv Schluss gemacht oder dich genötigt, dass du im Grunde zu deinem Schutzschluss gemacht hast. Das ist der Punkt und wir springen direkt in den Kopf vom Ex-Partner. Im Ex-Partner warst du dieser spannende Mensch, mit dem dein Ex-Partner unbedingt Nähe haben wollte, Zärtlichkeiten haben wollte, Sex haben wollte, mit dir geschrieben hat etc. Das war alles da. Das war die Zeit, an die du dich jetzt noch gut erinnerst, mit Schmerz natürlich, in der es sehr gut gelaufen ist und die Person dich toll fand. Vielleicht so toll, dass sie sogar gesagt hat, ich liebe dich, vielleicht Jahre mit dir zusammen war, vielleicht sogar Jahre ein Haushalt, ein Bett geteilt hat etc. Vielleicht sind sogar Kinder da. Allerdings kann es auch gewesen sein, dass es nur ein paar Wochen war, ein paar Monate etc. Aber im Kopf von deinem Ex-Partner gab es eine Phase, wo du die spannendste Person warst, toll warst, erotisch warst. Wenn du mal dich daneben benommen hast, dann hat man das verziehen, weil du so toll bist und wenn du dich attraktiv verhalten hast, alter Schwede, dann gab es aber die Blicke, dann gab es die kleinen Liebesbekundungen, dann gab es Sex, dann gab es all das, was man sich in einer wunderschönen Beziehung wünschen würde, gerade mit dieser Person, die du verloren hast, deiner Ex, deinem Ex. So, das war im Kopf. Danach ist irgendwas passiert, was wir häufig im Telefoncoaching herausarbeiten, herausarbeiten müssen, was du auch in meinem Buch herausarbeiten kannst, nämlich die Analyse, warum jetzt in dem Ex plötzlich sich die Gedanken verändert haben. Irgendwo sind Sachen passiert, die wir jetzt nicht analysieren, aber ich muss dir sagen, irgendwas war da. Du hast dich eben wieder daneben benommen, du hast zu viel gewollt, irgendwas ist passiert, es gab Stress, irgendwelche Sachen haben dazu geführt, dass auf dieser ursprünglichen Phase von Liebe und Zuneigung eine dicke Staubschicht gekommen ist. Irgendeine Schicht ist drüber gekommen, eine Staubschicht oder vielleicht sogar eine übelstinkende Schicht oder irgendwas ist drüber gekommen. Die Goldader, die da war, ist runtergegangen und obendrüber hat sich eine Erdschicht, eine Humusschicht, eine Staubschicht gebildet. Plötzlich hat dein Ex-Partner dich mit anderen Augen angeschaut. Plötzlich hat er dich kritischer angeschaut, hat sie dich kritischer angeschaut. Plötzlich hast du mal ein paar Sachen nicht in Ordnung, nicht cool gemacht, die wurden früher verziehen, jetzt war es plötzlich so eine innere Liste, ah, schon wieder daneben benommen, ah, schon wieder unaufmerksam gewesen, ah, schon wieder so komisch geklebt und ständig irgendwie Zuneigung gewollt, ah, schon wieder über Sex diskutiert, obwohl ich gesagt habe, ich mag zurzeit keinen, ah, schon wieder nicht Ja gesagt zu einem alten Wunsch, ah, schon wieder gesagt, nee, tut mir leid, das geht nicht, ah, schon wieder irgendwas ruiniert, gestritten oder sonst was. Irgendwo hat sich, das hast du nicht gemerkt, vielleicht hast du es geahnt, aber nicht laut gemerkt, eine Schicht gebildet, eine neue Schicht in der Psyche von deinem Ex an Ex. Und deswegen ist, wenn du das verstanden hast, der einzige und der klare, wichtige nächste Schritt ist, diese Denke vom Ex musst du ausnutzen. Du musst nach der Trennung als erstes für dich sagen, okay, dann ist jetzt Schluss und weißt du was, ich finde gut, dass Schluss ist. Ich nenne das Aufräumaktion, ich finde gut, dass Schluss ist. Ich sehe so wie du, wenn du keinen Bock mehr hast auf die Beziehung und das musst du hinkriegen, das kannst du hinkriegen, das machen wir auch am Telefon, dass wir teilweise Leuten helfen, dass sie das überzeugend rüberbringen, dann ist es so, dann kann ich auch gerne ohne dich, hab Zeit. Das Zweite ist die Kontaktsperre. Du musst jetzt verstehen, deswegen gibt es die Kontaktsperre. Die Kontaktsperre, die auch nochmal in dem Ratgeber genau beschrieben wird, auch welche, die gibt es deswegen, weil du dadurch dem Ex sagst, nee, du willst nicht mehr, damit kann ich auch. Jetzt kommen deine Ängste auf, die ich dich schon vorbereitet habe, in die du nicht reinrennen darfst. Deine Ängste sagen, wenn ich jetzt diese Person aber laufen lasse, dann bin ich ja nicht mehr spannend, falsch gedacht. Wenn ich diese Person laufen lasse, dann bin ich so wie sie, ich lasse laufen. Und jetzt kommt, idealerweise hast du, während du das machst und dich wegdrehst, dich im Fokus, dich im Fokus, weil du hast jetzt Strecke zu machen. Welche Strecke hast du zu machen? Erstens, du musst relativ schnell WhatsApp-Profilbilder etc., wo auch immer, dich mit neuen Bildern auf gut gelaunt hinkriegen. Idealerweise schaust du nicht, schaust du nur bei wirklich guten Schüssen, die wirklich hübsch von dir sind oder wo einfach ein Spand drauf sitzt, aussiehst in die Kamera oder schaust woanders hin, sodass man dich beobachtet. Wenn ich hier hinschaue, dann beobachtet mich der Zuschauer. Das heißt, der Ex schaut sich das WhatsApp-Bild von dir an und sieht, wo du woanders hinschaust. Das heißt, er, sie beobachtet dich. Das ist eine ganz andere Sache für die Psyche, als wenn, hallo, hier bin ich. Das heißt, Frontalbilder, nur wenn sie wirklich gut sind, anders müssen wir hier einen Wechsel haben, neue Bilder nach dem Motto, oh, mein Ex, der eben noch so geheult hat, der schaut schon wieder ganz entspannt aus der Wäsche und schaut mich nicht direkt an, sondern schaut woanders hin. Solche Sachen, auf diese kleinen Details müssen wir jetzt achten. Zweitens, wenn sie eher mit dir kommuniziert, dann brauche ich Leichtigkeit in den Antworten. Vorlagen natürlich findest du auch im Ex-Rück-Ratgeber. Leichtigkeit, das heißt, er denkt, du wirst festhalten. Sie denkt, du wirst festhalten. Stattdessen sagst du, nee, und deine Nachrichten sind vielleicht ein bisschen kürzer oder du lässt dir Zeit mit dem Antworten, ebenso wie jemand wäre, der gerne und ja, gerne ja zur Trennung gesagt hätte. Probier es aus, schau, wie weit du kommst, verwirr und irritiere deinen Ex an dieser Stelle und du glaubst es nicht. Der denkt, die denkt jeden Tag über dich nach und in dem Moment, wo du anfängst, diese Sachen hinzukriegen, mehr und mehr. Sie wird es lange, oder er, der Ex, wird es lange für sich behalten, aber irgendwann platzt die Blase. Bei Fragen sind wir gerne per Telefoncoaching für dich da und weitere Details, was du machen kannst, findest du natürlich im Ratgeber. Alles, alles Gute. Halt es für möglich, denn es ist möglich, dass ihr wieder zusammenkommt.